Staubige Bücherregale waren gestern. Jetzt stecken Sie eine ganze Bibliothek mit mehreren hundert Büchern einfach in die Tasche. Möglich macht's dieser clevere E-Book-Reader. Das elektronische Bücherregal ist schmaler und leichter als ein Taschenbuch. In der schicken Tasche ist es bestens vor Schmutz und Kratzern geschützt. Auf dem 15,2 cm großen Display werden Texte in bester Qualität dargestellt. Die wegweisende E-Ink-Technologie sorgt für ein papiernahes Lesegefühl. Der stylische Reader verbraucht nur beim Umblättern Strom und erreicht so eine Akkulaufzeit von mehreren Wochen. Dank der augenschonenden Zoom-Funktion wird das Lesen am flimmerfreien, kontraststarken Display noch angenehmer. Auf den internen 2 GB Speicher passen über 2000 E-Books. Mit Hilfe einer Speicherkarte erweitern Sie im Nu den Platz für unzählige weitere Titel. Neues Lesefutter holen Sie sich ganz bequem aus dem Internet und laden die Bücher per USB auf den E-Book-Reader. Viele Schmöcker gibt es sogar völlig legal und kostenlos im Netz. Aber das flache Multitalent kann noch mehr. Nutzen Sie das Gerät auch als digitalen Bilderrahmen oder Musikplayer. Viel Spaß beim Schmökern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017